ja mo mo leute euer zero hier und herzlich willkommen zum 5 dezember ein tag nach dem ersten advent und sie gestern beim ersten advent habe ich ja warum sie loaded rausgegeben und wir haben auch ein gewinner ist es niklas niklas wird mit mir demnächst eine runde aufnehmen und wir werden gemeinsam zusammen richtig rocken nein eigentlich werde ich gewinnen und fertig machen ja ich werde ich machen das ist der plan ich mache ihn fertig und so lange werde ich hier noch mal tee genießen ein bisschen am kamin sitzen irgendwie nicht wärmer wird weiß auch nicht warum naja jedenfalls weil es euch gefragt hat wo der letzte kot versteckt war ihr könnt ihr noch einmal sehen wunderschön mitten in die tippzeile gepackt habe ich jetzt nicht so wunderschön gekriegt wie es geplant hatte aber ich hatte auch leider wenig zeit heute haben wieder ein bisschen mehr zeit das heißt heute heute wird das richtig gut versteckt sein und ich hoffe für euch dass ihr nächsten sonntag ein bisschen zeit mitgebracht habt denn nächste woche wird es richtig losgehen nächsten sonntag habe ich ein topspiel für euch und ihr könnt euch darauf freuen so wollen ja nicht zu lange zeit verschwinden heute geht es um einen neuen code ein neues spiel und mal gucken wer den heute gewinnen wird und wie gut ich ihn verstecken werde ich ist ich finde es ist für mich immer sehr spannend die kurz zu verstecken er sind nicht gedacht dass ich so viel spaß habe diese kurz zu verstecken ich gucke mir die videos an denke mir da können es gut reinpassen vielleicht da mal in den hintergrund ist das macht das macht mir spaß und deswegen gibt es heute einen neuen code und einen neuen kalender komm mal rüber kalender so wir haben heute den 5 dezember heute machen wir ein bisschen auf aber erst noch mal ein schluck tee ist das schön war so der fünfte eröffnet sich somit für uns unter drin befindet sich wieder zwei drittel eines keys den letzten drittel findet ihr wie immer in eines der drei videos die um 14 16 oder 18 uhr kommen sollte ein video um 20 uhr kommen macht euch keine sorgen da wird der code nicht drin sein da müsst ihr nicht so stark aufpassen da könnt ihr einfach entspannen wenn ihr wirklich scharf auf die spiele seid dann entspannt euch so somit war es das für das fünfte türchen für heute dafür für diesen monat für dieses jahr für dieses jahr klingt gleich glaube ich ein bisschen besser und bevor wir uns morgen wieder sehen möchte ich noch mal daran erinnern falls ihr euch zum 24 noch ein spiel von mir wünschen wollt dann schreibt doch einfach einen wunschzettel an zero one up at aol.de und solltet ihr einen wirklich guten wunschzettel bzw einen brief an den center zero schreiben dann werde ich euch euer spiel schenken sei es auf der xbox sei es auf der playstation auf dem pc oder wenn ihr auch ein brettspiel haben möchtet dann auch ein brettspiel wir sehen uns morgen zum 6 dezember wieder und dann öffnen wir ein neues türchen und vielleicht habe ich dann auch wieder ein tee dabei östlich